Hallo zusammen, hallo in die Runde und herzlich willkommen zum Webinar Onboarding und Unterweisung digital. Ich freue mich, dass die dabei sind, freue mich, dass das Thema Video und ressourcenschonendes Arbeiten zum Onboarding und zur Unterweisung bei Ihnen Platz findet und dass wir heute jetzt zusammen in der Runde einmal die halbe Stunde haben, um uns eben auszutauschen beziehungsweise uns bestimmte Möglichkeiten und Werkzeuge anzuschauen, wie wir eben für eine möglichst gute Onboarding-Erfahrung in OrgaVision beziehungsweise auch in Ihrer Organisation, aber eben auch für mehr Effizienz bei regelmäßigen Unterweisungen und ich denke, das betrifft Sie alle, sorgen können. Ich sehe auch schon die einen oder anderen, mit denen ich dazwischen gearbeitet habe, in meinen Projekten. Der Form halber stelle ich mich aber trotzdem natürlich nochmal bei allen vor. Sarah Kriegbaum ist mein Name. Ich bin seit jetzt genau drei Jahren im Team Beratung und Support. Das heißt, wir kümmern uns um die Einführung von OrgaVision beim Kunden und auch um den technischen Support und an beiden Stellen kommt dieses Thema Videoproduktion und sozusagen auch Reproduktion von Wissen und Verteilung von Wissen in Form von Videos ganz oft zum Tragen. Und ja, wir wissen alle, OrgaVision ist jetzt keine klassische E-Learning und auch bei weitem keine Fortbildungsplattform. Dafür sind wir nicht gedacht. Wir sind immer noch für die Dokumentenlängung und das Wissensmanagement gedacht. Aber wir sind im Team und auch zusammen mit unseren Kunden eben auf bestimmte Tools gestoßen, die sich eben für unser Wissensmanagement, auch für den Support, für die Online-Hilfe als gut bewährt haben. Und da dachten wir, das ist ein gutes Thema. Warum sollten wir das Ganze nicht mit Ihnen teilen? Und ich würde zum Stichwort teilen jetzt einmal auch meinen Bildschirm übertragen, damit Sie auch einen Blick auf die, ja, auf die Workshops-Instanz haben, in der ich mich dann heute jetzt in der nächsten halben Stunde befinden werde, um mit Ihnen einfach so ein paar Optionen durchzugehen. Ich gucke gerade noch mal prüfend in die Fragen rein oder in den Chat. Sie scheinen mich alle gut zu verstehen. Das ist schon mal sehr schön. Genau. Sie müssen sich auch gar nirgends einloggen. Sie können einfach hier dem Bildschirm folgen, den ich hier übertrage. Und Sie haben aber dann bei sich in den Unterlagen, das müssten Sie hier in Ihrem GoTo-Webinar-Reiter finden, eine Datei drin. Das ist sozusagen mein Handout für das heutige Webinar. Genau. Um das gleich schon mal vorauszugreifen. Sie haben diese Datei bei sich, können aber auch jederzeit auf mich oder auf die Kollegen zukommen, wenn es begleitende Fragen zu den Inhalten heute gibt. Genau. So, warum eigentlich Video? Also warum gucken wir uns das Thema jetzt an? Ja, ich denke, es ist ja allen klar, Video macht es einfach möglich, jederzeit von überall, also unabhängig vom Ort und von der Zeit, sogar von der Zeitzone, Inhalte und damit auch Wissen abzuspielen. Das ist vor allem jetzt natürlich in Zeiten der Remote-Arbeit sehr gewinnbringend und sehr wertvoll, ist aber auch in dem Sinne sinnvoll, dass ich einfach als Nutzer selbst entscheiden kann, wann ich mir eben die Unterweisung oder wann ich mir eben die Schulung einmal zu Gemüte führe. Angenommen, ich bin der Pfleger, habe irgendwie ein paar 24-Stunden-Dienste hinter mir, dann bin ich vielleicht zu dem Zeitpunkt, an dem so eine Schulung wäre, einfach gar nicht aufnahmefähig. Und es ist auch egal, ob ich dabei sitze oder dazuhöre oder nicht, ich kann es gerade in dem Moment nicht wahrnehmen und so kann ich eben entscheiden und mir das selbst ein bisschen besser einteilen, wann ich eben mir das Ganze anschaue und das dann entsprechend auch zur Kenntnis nehme. Das ist das eine. Zum anderen ist es natürlich für Sie als Verantwortlichen, egal in welcher Funktion, egal ob jetzt in der Qualitätsmanagementstelle oder in der Personalstelle, da sind die Verantwortlichkeiten ja durchaus beide. Mit dem Onboarding betraut, kostet es Sie einfach nicht jedes Mal Zeit, jemanden mit aufs System aufzugleisen oder einen bestimmten Prozess einzugleisen, vor allem, weil es ja oft repetitive Tätigkeiten oder Erklärungen sind. Also ich würde mal behaupten, irgendwie 80, 90 Prozent von dem, was in so einer Unterweisung oder auch in der Schulung passiert, sind gleich. Und die Zeit können Sie sich dann eben sparen und sich anderen Dingen widmen. Und trotzdem macht das Video das ja möglich, dass Sie eben über Stimme und Bild trotzdem eine Emotion rüberbringen und die Dinge einfach besser vermitteln können als in dem reinen Fließtext. Genau. Und allen voran stellt sich bei so einem Video natürlich erst mal die Frage, ja, für welchen Anwendungsfall kann ich das überhaupt nutzen? Wo macht das bei mir Sinn? Und kann ich die Inhalte überhaupt in einem Video vermitteln? Also manche Dinge erfordern einfach die Präsenz. Ich habe jetzt in meiner Übungsinstanz einfach mal ein paar Beispiele aufgelistet. Ich zoome idealerweise auch mal etwas rein. Ich kann mir vorstellen, dass bei Ihnen nicht ganz so hochauflösend jetzt übertragen wird. Genau. Ich habe einfach mal so die gängigsten Beispiele aufgelistet, für was sich ein Video eignet. Also das kann eben die Schulungsweise betreffen, zum Beispiel Nachweise betreffen zum Arbeitsschutz, zum Datenschutz, zur Informationssicherheit, wenn man jetzt mal auch an die Energieversorger vor allem denkt. Das kann eine einfache Schulung neuer lesender Nutzer sein, also wirklich ein allgemeines Onboarding lesender Nutzer in Orgavision. Das kann aber auch wirklich in die Redaktionsschulung reingehen. Da sind wir sozusagen mit gutem Beispiel schon vorausgegangen und haben eigentlich das Gleiche auch schon bei uns in der Online-Hilfe umgesetzt mit den Starter-Tutorials. Die meisten von Ihnen werden das schon kennen. Ich rufe das hier an der Stelle einfach nochmal auf. Auch da gibt es ja wie so eine Art Leitfaden zu den ja wichtigsten, ja, jetzt bin ich auf dem falschen Link, zu den wichtigsten Funktionen. Angefangen von der Anmeldung über den Wechsel des Modus bis hin zum Erstellen von Text. Auch da haben wir uns kleine Pakete geschaffen. Das sind meist drei-, vierminütige Videos, die einfach nochmal durchgehen und diese Funktion nahelegen, die man sich immer wieder anschauen kann. Also nur, weil ich es einmal gesehen habe, muss das nicht heißen, dass ich es vielleicht nach einer längeren Abwesenheit, sei es durch Krankenstand oder Urlaub, nicht nochmal auch anschauen kann und mich einfach nochmal mein Wissen auffrischen kann. Die finden Sie also hier in den Starter-Tutorials. Vielleicht kleiner Punkt dazu, Sie müssen als rein funktional gar nicht unbedingt selbst Ihre Redakteure aufgleisen. Wenn Sie hier auf die Hilfe verweisen, dann haben Sie einfach den Vorteil, dass diese Inhalte hier zumeist, ja, einfach aktuell sind und nicht von Ihnen wieder neu produziert werden müssen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich aber sicher in dem einen oder anderen Fall nochmal so ein eigenes spezielles Redakteursvideo zu machen, weil Sie ja auch sowas wie ein Redakteursleitfaden bei sich pflegen, mit einfach typischen Dingen, die nur bei Ihnen in der Organisation gelten. Angefangen von der Bezeichnung von Dokumenten über, über eben die, ja, die Ablage, wann nutze ich Text, wann nutze ich Datei. Also lauter so eine Feinheiten, die Sie für sich geregelt haben, die können Sie natürlich nochmal in einem eigenen Redakteursvideo auch vermitteln. Das wäre es eben zu den Orgavision-Schulungen. Ansonsten gibt es natürlich auch die Option, dass man wirklich einen Prozessfluss durch einzelne Handlungsabläufe anreichert. Es kann in der Produktion zum Beispiel ein kurzes GIF, also eine kurze Animation oder ein Video sein, wie man bestimmte Produktteile zusammensetzt oder das kann eben auch eine, ja, ein Video sein, wie ich etwas in der Benutzeroberfläche bediene. Und das lässt sich ja auch gut in einen, ja, Prozessfluss entsprechend einbinden an die richtige Stelle. Wie das Ganze funktioniert, diese Einbindung, schauen wir uns später natürlich nochmal an. Generell gilt es vor so einem Video natürlich erstmal so ein paar Rahmenbedingungen zu klären. Also zum Beispiel, was haben wir denn bereits für Möglichkeiten bei uns in der Organisation? Haben wir vielleicht schon eben so eine Streaming-Plattform bei uns, wie eben YouTube oder wie Mio, wo wir dann was nicht gelistetes, privates als Kanal haben, das wirklich nur für unsere Organisation dann zur Verfügung steht? Oder haben wir idealerweise eben schon Microsoft 365 als Paket im Einsatz, wo eben sowas wie Microsoft Streams auch bereitsteht, damit wir da eben gar nicht unseren, unserer Unternehmensplattform irgendwie verlassen müssen. Beispiele habe ich Ihnen in dem Handout auch nochmal gelistet, was so die gängigsten Möglichkeiten sind. Das gilt es einmal wahrscheinlich auch mit der IT abzuklären, was da auch, ja, gewollt ist und möglich und dankbar ist. Und falls das eben noch nicht vorhanden ist, dann gilt eben eine Entscheidung zu treffen. Wo wollen wir denn unsere eigene Videothek pflegen? Wer administriert denn überhaupt diesen, das Hochladen der Videos? Wer administriert solche Einstellungen, dass man sich da eben eine entsprechende Plattform aufsetzt? Und dann, ja, kann man eigentlich im Grunde schon mal mit so einer Art, ja, Konzept losstarten und sich zu einem Video überlegen, wen möchte ich denn da überhaupt ansprechen? Also, wer ist meine Zielgruppe in dem Video? Was soll das für eine maximale Dauer haben? Und was ist so mein roter Faden in diesem Video? Angenommen, jetzt an dem Beispiel der lesenden Nutzer, klar, dann sind es alle neun lesenden Nutzer in Orgavision in meinem System als Zielgruppe und die maximale Dauer würde ich sagen, es sind fünf Minuten. Also, man sagt eigentlich so, wenn das über fünf Minuten rausgeht, ist schon die Tendenz dazu, dass man sich nicht überlegen sollte, sollte ich da nicht vielleicht einzelne Abschnitte oder einzelne Kapitel draus machen, weil einfach nach fünf Minuten Video irgendwie auch so ein Ermüdungseffekt einfach schon eintritt. Und was man aber dazu sagen kann, dass so eine lesende Nutzerschulung für Orgavision innerhalb von fünf Minuten sehr gut, sehr gut abdeckbar ist. Das heißt, wenn wir jetzt auf den Leitfaden einmal gucken, dann würden wir sicher zumindest mal so ein kleines Unternehmensintro machen. Also, wer sind wir, wo bist du da jetzt überhaupt gelandet und was ist dieses Orgavision, was ist unser Management-System, unsere Wissensplattform überhaupt? Man weiß ja nie, aus welchem System oder Organisation derjenige vorher kommt und ihm einfach da überhaupt mal klar zu machen, was wir mit diesem Handbuch eigentlich wollen, ist schon mal ein erster Einstieg. Und dann geht es natürlich wirklich mit den Funktionen los, dass man sich einmal über den Aufbau hangelt. Wo ist der Inhaltsbereich? Wie ist die Gliederung aufgebaut? Wie findest du deine relevanten Inhalte? Idealerweise hat man dazu natürlich irgendwie schon einen Wegweiser, eine Startseite mit der man das Ganze demonstrieren kann und eben auch ein Beispielbegriff, den man in der Suche eingibt. Wo man auch nochmal erläutern kann, du hast übrigens auch wie bei anderen Programmen so eine Art Wildcard. Wenn du nicht genau weißt, welche Art von Anweisung du da suchen musst oder willst, gib einfach ein Sternchen ein und dann kommt dir erstmal alles in den Suchergebnissen aus, was da relevant sein könnte. Und dann kann man ja eben entsprechend auf so eine Anweisung auch mal lotsen und sich einmal anschauen, wie es sich um die Elementinformationen verhält. Dass man einmal zusammen den Blick darauf wirft, da verbirgt sie also noch was dahinter und beispielhaft eben sich schon mal überlegt, was wäre denn ein mögliches Element, wo man einfach mal eine Kenntnisnahme daran abfrühstückt und demjenigen mal aufzeigt, du hast hier deinen Aufgabenreiter, fein raus bist du immer, wenn da nichts steht. Ansonsten, wenn hier eine 1, eine 2 oder eine 3 steht, dann lutz dich bitte da rein und bestätige eben deine Kenntnisnahme, gib also deine digitale Unterschrift und teile dich bitte auch über das System, über eben das Kommentarwesen oder die Hinweise mit, damit wir eben uns kontinuierlich alle zusammen verbessern können. Und dann hat man eigentlich schon so das grobe Paket, was ein lesender Nutzer wissen muss, vermittelt und derjenige kann sich das ja auch immer wieder anschauen in der Anfangsphase, um sich da immer wieder zu orientieren. Das wäre also schon ein möglicher Leitfaden. Genau und so ein Video kann man ja dann auch immer noch anreichern, indem man zum Beispiel eben sich Demo-Inhalte vorbereitet oder auch so eine Art Willkommensfolie oder eine Abschlussfolie vorbereitet, damit es immer in dem gleichen Guss ist. So, ich gucke mal ganz kurz in die Fragen. Genau, weil der Video, die Frage nach dem Hochladen oder einem Upload des Videos kam, da kommen wir jetzt einmal drauf, wie man sowas machen kann. Generell, hier sind nochmal die Tipps zu Videoproduktion, was man alles beachten kann, wenn man so ein Video aufmimmt, verlinkt, das haben Sie auch im Handout drin, da würde ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich denke, das ist alles relativ selbsterklärend. Ich möchte Ihnen jetzt eben einmal drei Möglichkeiten oder Werkzeuge vorstellen, wie man so ein Video aufnehmen kann und wie man das dann auch bereitstellen kann. Die erste einfache Option ist tatsächlich über die, bei neueren oder aktuellen Windows-Versionen, über die Windows- und die G-Taste zu gehen. Da haben Sie die Möglichkeit, ich versuche das gerade mal hier im parallelen Verlauf. Das sollten Sie jetzt auch sehen können in der Übertragung. Wenn Sie Windows und G klicken, haben Sie eben wie so eine Art Werkzeugleiste auch da, wo Sie eben einmal Ihren Bildschirm abfilmen können und zeitgleich auch einen Ton aufnehmen können. Das wäre also die einfachste aller Varianten. Da ist es allerdings so, dass Sie dieses Video oder diese Aufzeichnung erstmal lokal bei sich abliegen haben und um diese Frage von eben zu beantworten, lokal das Video abliegen zu haben, bringt uns erstmal nichts. Wir müssen das Video irgendwo dort ablegen, wo wir es eben über das Internet auch, wo wir über Internet zugreifen können. Das heißt, wenn Sie das hier einmal erstellen, müssten Sie das tatsächlich entweder bei sich in Microsoft Streams, sofern Sie die Möglichkeit haben, hochladen oder auf einem privaten, nicht gelisteten Unternehmensaccount auf YouTube oder Vimeo. Genau, das wäre aber insofern die einfachste Variante, das zu erstellen. Ich klicke das mal weg. Die Variante, die wir meistens gehen für den Support und die ich auch meistens mit den Kunden jetzt gegangen bin, die ich auch empfehlen würde, ohne hier irgendwelche Produktplatzierung oder Schleichwerbung zu machen, ist eben ein Tool. Das nennt sich Loom. Das ist in einer kostenlosen Basisversion erhältlich, wo man eigentlich von Grund auf alle Möglichkeiten hat, die man jetzt erstmal braucht. Loom hat eben den schönen und entscheidenden Vorteil, dass ich damit in einem Zug sowohl Video mit Kamera und Ton aufzeichnen kann, also Bildschirm mit Kamera und Ton und es direkt auch eben, ja, griffbereit habe. Das heißt, ich kann das direkt eigentlich von Loom in Orgavision einbetten. Wie das Ganze im Detail funktioniert, das finden Sie ja auch nochmal in meinem eigenen Loom dazu, im Videotutorial. Ich würde es mit Ihnen gerade mal ganz kurz mir anschauen und schon mal live durchgehen. Das heißt, ich gehe hier, Lotz hier einmal in meinen Loom-Account rüber und genau, habe hier schon mal meine eigene Bibliothek, habe da schon ein paar Videos erstellt, sehe auch, wo Kommentare verfasst wurden, wo Reaktionen gekommen sind und kann hier eben über die Web-Oberfläche von Loom jederzeit ein neues Video aufnehmen. Wenn ich das quasi starte, dann hat es entsprechend auch noch weitere Möglichkeiten, das einzustellen. Das heißt, ich kann immer noch mich entscheiden, möchte ich den kompletten Desktop abfüllen, möchte ich nur ein bestimmtes Fenster abfüllen, möchte ich nur den Bildschirm nehmen oder, um es persönlicher zu machen, einfach noch mich auch mit darstellen und wenn man dann eben diese Aufnahme startet, zählt es im Grunde einfach von drei runter und schon geht die Sache los. Sobald man eben die Aufnahme beendet hat in Loom, haben Sie das Video bei sich hier greifbar. Das ist also direkt in Ihrer Videothek und Sie können dann entscheiden, wie Sie damit weiter verfahren. Angenommen, ich gehe mal hier auf das Onboarding-Video, das ich hier initial mal erstellt habe. Dann habe ich eben an so einem Video die Möglichkeit, das Ganze zu teilen. Sie sehen es jetzt hier oben, diesen blauen Button, den Share-Button. Und wenn ich das Ganze eben einmal sharen möchte, dann interessiert uns in dem Fall nur diese dritte Option, diese letzte Option und zwar Empt, also eingebettet. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich uns gar nicht weiter damit beschäftigen müssen. Das hat hier schon eine Grundeinstellung, dass es responsiv ist. Das heißt, dass sich dieses Video letztendlich dann später automatisch dem verfügbaren Platz anpasst. So ist es ja auch bei unserem InOrgaVision oder bei unseren Elementen gedacht. Egal, ob ich es vom Smartphone von unterwegs aufrufe oder vom Tablet, ich möchte eigentlich dieses Video trotzdem gut sehen können und angemessen einsehen können. Von daher müssen wir da gar nichts mehr umstellen, sondern können uns eben hier einfach diesen Copy-M-Code, also diesen Schnipsel, diesen Einbettungscode einmal in unsere Zwischenablage holen. Ähnlich ist es im Übrigen auch bei YouTube und Vimeo. Da gibt es immer meistens diese zwei Klammern oder das Stichwort Einbettung, die dann zu diesem Einbettungscode führen. Und den haben wir jetzt bei uns in der Zwischenablage. Ich würde den an der Stelle einmal bei mir auch hier einbetten wollen. Das ist nämlich relativ simpel jetzt für die Anwendung. Das heißt, ich gehe einmal bei mir in den Entwurfsmodus. Ich gehe schon mal auf mein Video-Tutorial. Da hatte ich es schon mal beispielhaft auch mit reingepackt. Ein anderes Video. Und was ich dazu eigentlich brauche, ist nur ein eigenes Textelement. Und dem gebe ich eben entsprechend auch meinen Namen, meinen Titel. Ich mache das noch ein bisschen freundlicher hier. Und was ich dann machen muss, ist in die Ansicht zu gehen und da in den Quelltext und im Grunde eigentlich über die altbekaste Tastaturkombination STRG V einmal diesen Schnipsel einfügen. Und dieser Schnipsel, mit dem Schnipsel meine ich einfach diesen sogenannten I-Frame-Schnipsel. Also das I-Frame macht mir sowohl bei Videos als auch bei Formularen es möglich, dass ich das innerhalb eines Textelements oder einer Beschreibung einbette und gar nicht mehr irgendwie über einen Link auf eine andere Stelle muss. Wenn ich das Ganze jetzt hier einmal abspeiche, dann sehen wir schon auch die Vorschau des Ganzen. Sieht so aus, wie wir es haben wollen. Ich speichere das jetzt mal einfach nur kurz ab. Und dann sehen wir eben auch den Vorteil, den das bietet. Ich sehe direkt mein Video ein, egal welchen Platz ich zur Verfügung habe. Und ich kann auch direkt mein Video hier abspielen und immer wieder auch abspielen. Und die Möglichkeiten außerhalb sind natürlich die gleichen, wie Sie bei normalen Textelementen, nenne ich es jetzt einfach mal, auch haben. Das heißt, auch hier lohnt es sich natürlich, eine Kenntnisnahme dahinter zu hängen. Auch hier lohnt es sich, bei regelmäßigen Unterweisungen mit einer Wiedervorlage zu arbeiten, damit Sie sich selbst erinnern, wann das mal wieder zur Kenntnisnahme spätestens rausen muss, so ein Schulungsvideo. Und auch da lässt sich natürlich dann durch den Lesennutzer teilnehmen, indem er eben kommentiert oder Hinweise versendet. Und so ein Video möchte man ja vor allem dann jetzt in dem Fall des Onboardings neuen Mitarbeitenden zur Verfügung stellen. Da dieses ganze Konzept, nachträgliche Kenntnisnahmen zu, auszulösen und auch zu reduzieren, ein bisschen den Rahmen sprengt für heute, habe ich Ihnen einmal den Link zu unserer Online-Hilfe, zu unserer Anwenderdokumentation hier ins Handout mit reingepackt. Genau, finden Sie entweder über den Stichwort Kenntnisnahme oder nachträgliche Kenntnisnahme in der Online-Hilfe, um sich eben einfach nochmal auch da dieses Konzept anzuschauen. Wie kann ich denn bestimmte hoch priorisierte, relevante Inhalte meinem neuen Kollegen zur Verfügung stellen, damit er nicht komplett überfrachtet wird von Anfang an, sondern wirklich nur sozusagen die Top Ten in seiner Einarbeitungszeit zur Kenntnis bekommt. Und darunter würde natürlich auch eben neben einem Organigramm und einer Prozessklankarte so ein Einarbeitungsvideo fallen. Auch da könnte man dann eben eine nachträgliche Kenntnisnahme auslösen. Ja, genauso finden Sie hier auch nochmal das Vorgehen zur Einbettung eines solchen Videos. Das ist alles natürlich feinsäuberlich dokumentiert. Genau, das war also die Option zwei. Die über Loom, wie gesagt, eine Anmeldung und ein kostenloser Basis-Account reicht damit eigentlich. Hat natürlich jetzt nicht die ganz umfangreichen Funktionen wie irgendwie Video-Nachproduktion und hat auch eine Begrenzung, was die Anzahl an Videos angeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sie da erstmal gut mit klarkommen, wenn Sie sich dafür entscheiden. Genau, dritte Option, um die auch nochmal angesprochen zu haben, so haben wir es vor oder habe ich es vor Loom gemacht, ist zum Beispiel eine Online-Besprechung mit sich selbst einfach aufzusetzen und aufzuzeichnen. Das heißt, man stellt sich einfach eine eigene Teams-Besprechung ein oder eine Zoom-Besprechung ein und nimmt das Ganze dann auf und lädt dann dieses Video auch entsprechend an anderer Stelle wieder hoch. Das wäre es soweit zur Video-Produktion. Ich zeige Ihnen nochmal die Beispiele hier unten in dem Tutorial. Da sehen wir nämlich zum Beispiel auch die Einbindung in den Prozessfluss. Wenn wir da einmal draufgehen, auf diesen Prozessfluss, haben wir zum Beispiel an dem Prozessschritt direkt so einen GIF. Das habe ich in dem Fall auch mit einem Windows-Eigenen Werkzeug erstellt. Screen-to-GIF nennt sich das. Das hat irgendwie, weiß ich gar nicht, also das hat wirklich eine marginale Dateigröße. Die lässt sich gut in solche Prozessschritte einbinden. Wenn Sie unten mal bei sich in einem Windows-Menü einfach Screen eingeben, dann sehen Sie auch schon, ob Sie das haben. Ansonsten können Sie sich auch kostenfrei herunterladen, Screen-to-GIF. Und genau, können dann solche Kurzanimationen erstellen und damit Ihre Prozesse noch etwas lebendiger gestalten. So, jetzt die spannende Frage für unsere letzten Minuten. Wie können wir denn das Verständnis über Videoinhalte überhaupt abprüfen? Die Frage wird mir auch oft gestellt, wenn wir dann eben an so ein Thema rangehen, wo ich meistens ganz trocken antworte. Es kann auch sein, dass der oder diejenige in der Präsenzschulung sitzt und auch geistig gerade einfach abwesend ist oder nicht zuhört. Das kann man nie so wirklich sicherstellen. Wenn man das irgendwie sicherstellen möchte, dann muss man es eben durch bestimmte Übungen im Anschluss oder durch ein bestimmtes Quiz abprüfen. Und das lässt sich jetzt anhand von Schulungen in Orgavision relativ leicht machen, indem man eben, ja, lesenden Nutzern einfach so ein paar Übungsaufgaben schon mitgibt, lässt sich aber natürlich auch etwas umfangreicher für die Redakteure gestalten, indem man eben einen Übungsordner erstellt und, ich habe das hier mal beispielhaft gemacht, und denen eben kleine Pakete mit an die Hand gibt. Das heißt, man kann auch so einen Übungsordner natürlich dann mit einer Kenntnisnahme ausstatten und hier in kleinen Paketen einmal den neuen Kollegen, den neuen Redakteur darum bitten, sich eben einen eigenen Ordner im Übungsbereich zu erstellen, mit einem eigenen Textelement eine Vorlage zu wählen, einen Verweis zu nutzen und eine Datei hochzuladen und zu überarbeiten und das Ganze nochmal zu veröffentlichen und sozusagen als Nachweis dann einen Hinweis letztendlich an die Leitung oder an den Qualitätsmanagementbeauftragten zu schicken, sodass man so diese grundlegendsten Funktionen, die ein Redakteur kommen muss, wie das Bearbeiten, Erstellen von Texten, das Überarbeiten von Dateien, das Sortieren von Inhalten, dass man das einfach schon mal in so einer Art Mini-Bootcamp abgefrühstückt hat. Das wäre also die eine Variante, wenn es jetzt um eine Oberfläche geht oder um Orgavision geht. Und die andere Variante, die ist eben wieder so ein bisschen davon abhängig, was Sie bereits bei sich im Unternehmen haben als Möglichkeiten. Wir selbst im Support und auch in der Beratung, wir greifen eben, weil wir das 365er-Paket im Einsatz haben, auf Microsoft Forms zurück. Auch hier wieder Stichwort, habe ich nochmal ein eigenes Video-Tutorial für Sie eingebunden, wo Sie sich das nochmal genauer anschauen können. Es gibt aber neben Microsoft Forms auch weitere, andere kostenlose Quiz-Tools, um eben solche Abfragen zu machen. Ich schaue hier gerade mal auf Microsoft Forms mit Ihnen drauf. Da lässt sich also relativ schnell ein eigenes Quiz erstellen. Das heißt, wir haben hier mögliche, alle möglichen flexiblen, ja, Antwortmöglichkeiten. Wir können bestimmte Filter dahinter legen. Wir können eben bestimmte Pflichten dahinter legen, hinter solche Fragen und können da relativ schnell eben so einen Quiz aufbauen und auch erweitern. Ich mache das jetzt an dem Beispiel mal. Das Schöne ist eben, dass wir auch dieses Quiz eben entsprechend einbetten können. Ich zeige Ihnen das mal anhand einer Abfrage, die ich tatsächlich gemacht habe zu unserem Musterhandbuch. Das ist also relativ, also ein bisschen umfangreicher, auch mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Ich habe hier in Microsoft Forms eben direkt dahinter meine Auswertung, weiß direkt, wann wer was geantwortet hat, kann hier direkt einsehen, was Sachlage ist. So machen wir es zum Beispiel auch bei den Prüfungen zu unseren Online-Kursen. Um da abzufragen, hat derjenige den Inhalt auch verstanden, kriegt er sozusagen das Zertifikat. Und auch hier wäre es ähnlich, auch hier würde ich eben über einen Einbettungscode, wie ich ihn hier wieder finde, über Antworten sammeln, so ein Formular auch einbetten können. Ich mache das gerade noch mal, kopiere mir also wieder einfach diesen Schnipsel ganz unbedarft sozusagen raus und gehe hier einmal unter mein Onboarding-Video, erstelle mir wieder ein neues Textelement, sage, das ist meine... Okay, in dem Fall ist es das Musterhandbuch. Und genauso wie eben, binden wir das Ganze über den Quelltext einmal ein. Und auch hier habe ich jetzt eben den entscheidenden Vorteil, ich muss nicht mehr aus Orcavision raus. Ich habe hier direkt meine Abfrage drin, die derjenige dann eben, je nachdem, ob Multiple-Choice- oder Freitext ausfüllen kann und eben entsprechend abschicken kann. Alles, was jetzt danach läuft, an wen geht die E-Mail, wer bekommt eine Benachrichtigung, das erfolgt alles in der Administration von Microsoft Forms, aber ich kann hier zumindest eben direkt den Kollegen oder die Kollegin abfangen und so ein bisschen nachtesten, ob er sich das Video wirklich angeschaut hat. Genau. Okay. Das war ein kompakter Einblick in die Möglichkeiten, die so eine Videoproduktion und eine Einbindung von Videos und auch von Formularen in Orcavision bietet. Ich gucke gerade noch mal, wir sind etwas über der Zeit in die Fragen rein, damit ich vielleicht das eine oder andere noch mal live beantworten kann. Genau, also die Nachvollziehbarkeit, wer das angeschaut hat, das ist in allen Programmen, das war jetzt erst mal anonym, also ich kann überall nur sehen, wie viele haben sie es angeschaut. Wenn die Kollegen aber keinen eigenen Account, keinen persönlichen Account in YouTube oder in Vimeo oder Loom haben, dann sehe ich auch nicht, wer hat es sich genau angeschaut. Das kann man auch einstellen, wenn man das möchte. Ich würde da aber eben nicht auf die, wahrscheinlich nicht auf die Views in den Kanälen, also in den Plattformen vertrauen, sondern wirklich mit der Kenntnisnahme in Orcavision arbeiten, um das irgendwie nachzuvollziehen. Genau, auf die Testinstanz können Sie hier erst mal nicht zugreifen, wenn Sie die Datei bei sich nicht im Chat finden. In den Unterlagen kann ich die auch gerne im Nachgang noch mal zur Verfügung stellen oder gerade auch noch mal live einstellen in unsere Unterlagen. Ich packe die Ihnen gerade noch mal rein. Dann sollten Sie sie spätestens jetzt auch bei sich in Unterlagen finden. Genau, bei Loom benötigt man trotzdem einen Account. Muss sich also einmal registrieren und anmelden. Hat dann aber eben, wie gesagt, sozusagen direkt die Aufnahme, den Upload und den Einbettungslink in einer Hand. Und ist so ein bisschen intuitiver als das Video zu erstellen, extra auf YouTube hochzuladen. Und auch die Einstellungen in YouTube sind natürlich sehr viel umfangreicher. Von daher, genau, können Sie gerne mal die Varianten für sich oder zusammen auch mit der IT oder der Q-Zirkel einmal für sich bewerten und anschauen, was da für Sie in Frage kommt. Und dann gucke ich noch mal hier. Okay, es scheint irgendwie Probleme zu geben, die Datei hier aus den Unterlagen runterzuladen. Sie bekommen ohnehin ja die Aufzeichnung zu auch diesem Webinar sozusagen als Nachweis zugeschickt. Ich gucke mal, ich spreche einmal mal mit den Kollegen ab, ob ich darüber Ihnen diese Datei noch übermitteln kann. Diejenigen, die sich jetzt schon gemeldet haben, denen kann ich es auch ansonsten kurz per E-Mail schicken. Ich hoffe, dass es bei den meisten soweit klappt. Genau. Juti, dann ist immer etwas über der Zeit. Die meisten sind trotzdem noch dabei. Das freut mich. Es waren noch ein paar interessante Informationen hoffentlich dabei. Wie gesagt, kommen Sie einfach auf uns im Support oder auf Ihren jeweiligen Berater, Beraterin zu für weitere Rückfragen oder wenn es dann wirklich an die Umsetzung geht. Wir stehen auch bereit, wenn Sie sagen, wir haben da echt keine Lust drauf, da irgendwie ein Video reinzusprechen und im Zweifel auch noch Ihr Gesicht da irgendwie dauerhaft verfügbar zu machen in dem Video. Wir machen das mit Ihnen. Wir machen das auch gerne für Sie, binden das dann mit Ihnen zusammen ein. Und ja, hoffentlich können Sie sich dann eben den Dingen widmen, die da alle noch so auf Sie warten, neben dem Onboarding und neben den Unterweisungen. In dem Sinne, Film ab, gute Woche weiterhin und liebe Grüße. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020